Der ist von mir gespawnt, der hat geraped. Ja, ich hab das Gefühl ich wurde gebalanced. Also ich auch. Oh, das sind Leute dahinter. Der fuck, die haben mich nicht getetet. Plötzlich dann. Wieso hat der selbst leider so viele Schüsse? Wir wollen ja immer schön historisch korrekt bleiben. Das heißt wir machen OP-Waffen rein. Ich glaube nicht, dass der so ein großes Magazin hatte. Kein Bonnet Church will ich. Aber die wollten doch immer so historisch korrekt bleiben. Und deswegen sagen wir immer, dass die Waffen nicht ändern können oder so. Na, das stimmt. Der Typ! Er spawndet bei Netschorged Incident los. Gut, dass ich auch mal Luck hatte. Und den dodgen konnte. Oh lol, an die Düne kann man auch hin. Das ist einfach so eine Camper-Pose. Ja. Das ist mit einer der besten Poses, wenn die hier sind. Weil die einfach direkt vor dir spawnen. Und nichts machen können. Komm auch mit her. Oh mein Gott. If you insist. Wer hätte es nicht mit Ammo kommen können. Da hier rechts rechts. Oh, kann mit gehen. Da kommt eine Kavallerie. Der ist ein Typ, ein normaler. Ist egal, ich habe eine Hellriegel. Ist eine richtige. Muss nachladen. Der hatte Kolibri als Secondary. Immer schön auf die Füße. Ich habe gelernt von Yunda. Ich habe einfach dieses Pferd, also mit der Hellriegel gerapet. LOL. Der Sniper. Könnte sein, dass sie dich pushen. Naja, links. Ich habe das. Mich hat eine Bi-Pot geholt. Du kannst mich das holen, wenn du das überlebt hast mit dem Pferd. Holst du mich noch, oder? Das Kit liegt irgendwie nicht mehr. Einfach weiterlaufen. Ja, die Kavallerie. Ist abgestiegen. Nachdem wir es beim 10. Mal geschafft hatten, zu gehen. Man, die Düne ist halt echt richtig gut, wenn du da vor C bist. Mit einer Sniper jedenfalls. Ja, Montagone ging auch. Ist ja auch eine Sniper. Ich habe nicht so weit gepeakt. Einfach mit dem Heavy-Tinkel links mit pushen. Robi. Das war wirklich ein Pro-Wiederfach. Haha, Pferd. Ich kann auch headshotten. Oh, da ist ein Landship wieder. Und einfach durchgehen. Oh, der Typ hat mir den Squad weggenommen. Oh, okay. Das darf nicht passieren, Basti. Ja, ich bin scheiß Squadbrieger. Du bist scheiße. So wird ein Shoot raus. Ja. Rob mich aimt jemand ab. Mich aimt jemand ab. Bipod-MG. Nicht so gut. Ah, Nebel ist weg. Ach, fuck it. Oh, den verworren wir raus. Der. Der. Mit der Axt stumm. The Butcher. Yes, Johnny. Nein, das ist der Butcher. Johnny hatte keine Axt. Ah doch, hat er. Genau. Ja, der hat ja die eine Tür da aufgemacht. Also aufgeaxtet. Hallo. Ich muss den Film irgendwann mal schauen. Ich auch. Der muss auf meine dringend anschauen Liste. Genauso wie 2001 Space Odyssey. Einfach nur weil es so halt ein Klassik ist. Bin ich auch dabei. Können wir auch den TS angucken wenn es wirst. Habe ich beide noch nicht gesehen. Ich habe den so teilweise schon mal gesehen den Film. Ja, 2001 Space Odyssey habe ich auch schon im Fernsehen mal gesehen. Ich komme, Juli. Und wahrscheinlich würde ich auch schon mal anfangen. Es ist halt kacke wenn du den Plot einfach komplett kennst. Vor allem bei so einem Film. Was? Der ist verrückt. Verrückt ist das. Du willst eine Familie killen? Was? Nein. Dann ist es aber gar nicht so. Echt? Das wusste ich nicht. Ne, das war dann so. Es ist so, aber. Super. Komm schon mal mit. Ich werde gerne vom Pferd gerapet. Und die Gaskanal hat mich fast gerapet. Und wir hätten auch Backcups gehen können. Ich gehe zurück. Ne, ich snipe noch ein bisschen. Gefahr. Du hast mir gerade den Kill geführt. Auf den. Bis halt. An der Field dann. Ja. So. Tut mir fast leid. Ja, ich weiß, dass es nicht leid tut. Oh, gut. Es tut mir irgendwie schon ein bisschen leid, dass ich immer einen die Kill stealer, aber ich kann nichts dafür. Wenn ich snipe. Ich gehe mal nicht auf den. Echt jetzt. Der Tank da. Der hat sich noch nicht bewegt da. Wird er auch nicht. Das ist ein Potatlo. Soll ich einfach unsight gehen mal? Ja. Vielleicht gleich werde ich spawnen. Ah, die Cavalry kommt nicht. Okay, dann spawn ich doch nicht bitte. Oh Gott. Ich weiß nicht, woher ich bin. Woher ich bin. Weißt du was? Ich habe eben die Kabel von diesem kleinen Tower hier getroffen. Von diesem Radioturm auf A. Einfach komplett mein Schuss geblockt. Schon nice. Muss man wirklich noch nach hinten gehen. Hm. Ich dachte, die kriegen das. Ah ja, ich habe gedacht, ich kriege spawnen weiter auf A. Aber anscheinend. Nein. Ich bin nicht so gut. Der Flagge ist auf B. Gut. Gut. Gut, People. Natürlich habe ich bei Netcharged von dem Level 19. Oh. Ich komm mit Damage, gib mir Ammo, gib mir Ammo, gib mir Ammo, hier ist ein Medic, hier ist ein Autoloading Ich hab von den 3 Leuten 2,5 Hinter uns, an ihrem Spawn Ich muss grad nachladen Es ist immer schön, wenn man nachladen, auf den Gegner zurennt und einfach weiß, dass er nicht holt, weil das scheiße ist Und man schon am Move mitzieht Da hat einer entdeckt gekämpft, ein Knife hat mich nicht bekommen, da kam er auf mich zugebrannt, ich hab ihn gesidestappt Ein Bayonet, ach Leute, ey Diese Waffe ist dumm wie Sprott Sprott, oh mein Gott, ich hab mich 1-8 hier umgedreht und fast den nächsten aufgeholt Habt den, macht das gar nicht Schon lächerlich, ey Ich bin grad um ne Ecke gekommen, hat einfach 3 Leute getohhitted Unser, unser, unser Squadman spielt auch selbst, also spielt auch Auto Revolver Vielleicht sogar deine Oh mein Gott, ein Typ der M95 spielt, 98 Servicetars Ein Gott Fragezeichen Wieder auf Gräbposition gehen Geh mal allein, ey, vielleicht kommst du ja auch noch Bis AT Rock ist OP Drain the AT Rock Johnson Ich komm einfach mal gerannt Ja, hittet mich an Und ignoriert uns dann einfach wieder Fertz Fertz Das hat sie grad nicht geportet bei mir Nope Port außen Das ist ins Holz Du, wieso suppress der mich? Als ob Ich mach es Ich sehe ihn nicht Oh, der hat jetzt beide Nades auf mich geworfen Als ob der noch beide Nades werfen kann Ach ja, die Mundreiber macht auch Spaß. Ist halt ein Light-Selbstlader. Ein By-Pot-Selbstlader, der immer besser spammen kann. Light halt. Ach, weil man besser spammen kann. Es geht nur um die Schüsse. In der Folge bekommst du viel mehr Schüsse. Das ist bloß so ein Antesten. Der Testlader. Balanced. Das bin ich keine Angst. Oh! Fuck. Of course, it's a Hellriegel. Da kommt das Hellriegel. Gegen die Leute, die mich ignoriert haben, gegen die fail ich nicht. Und gegen den, der mich sieht, gegen den fail ich. Klasse. Pfeiffer. Oh, einen hat er noch geholt. Heavy Tank spawn. I'm a head. I'm a head. I'm a head. Kobe. Bitte treff. Bitte treff. Bitte treff. Oh. Jetzt ich. Treff. Oh, 11 damage. Wie viele Leute sind hier bitte? Ehh. Zuck. 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 Ja, gegen den kann man nicht schön machen. Wow. Das müsste ich aufnehmen. Das... Ich bin voll auf seinem Körper drauf. Er schiebt einfach 2 m drüber. Aber richtig hart. Oh, lol. Wenn die Snipe irgendwie noch, noch nicht wieder richtig genau ist. Ist der ganz oben? Da steht ein Anti-Artillerie-Truck. Richtung, also hinten bei C oben. No. I will survive. Togo. Good shot, Togo. Oh mein... Oh mein Gott, Juli. Oh ja. Ich wurde gelobt. Ohohohoho. Shit. Ich wusste auch nicht, dass das geht. Das fühlt sich doch gleich viel besser an. Das fühlt sich richtig gut an, mal. Wenn... Wenn jemand sagt, er ist Hex. Der... Wie soll ich das bitte gut anfühlen? Also... Das fühlt sich irgendwie schon gut an. Aber... Du weißt schon, was ich meine. Ja. Höchstes Kompliment, dass man kriegen kann. In nem Shooter. Auf der Düne. Und ich verkacke. Falls alle Schüsse. Zwei gehittet. Er hüpft da rum und schießt zwischendurch. Natürlich kommt mir ne Shotgun in dem Trench unten entgegen. Und dann kommt ne Shotgun in dem Moment, wo ich Waffe wechsle auf nem Auto Revolver. Weil ich ihn höre. Fuuuuh. Fuuuuh. Out got it. Out got it. Komm zu Port Peak. Ja, nein. Ich glaub, das ist Ironie von ihm. Nooo. You don't save. Naja. Hätte ja sein können, dass es wirklich so meins ist. Und das ist das Internet. Ja. Und wie viele Leute raffen es nicht? Dass du ironisch bist. Sag mal. Wahrscheinlich alle. War das ironisch? Nein. Von unten kommen 15 Leute. Fucken Fertz. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nee, das mach ich nicht. Ich wollte asozial sein. Und was wolltest du machen? Doch bad. Fragezeichen. 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 Ich hab den Typen getast den Sniper da oben. Aber das wäre auch viel zu gemein. Ja. Ich will nicht seine Gefühle verletzen. Der braucht sein Safe Space. Ja, dann sollte er nicht mehr Internet sein. Dass man das Pferd geno scoped. Nice. Den Typen zweimal gedusted. Bis ich da mal gehittet hab. Ten auto ten. Oh, ist ein Pferd. Kann ich mir Amo hinschmeißen. Und Revolve. Als ob wir es ihm sagen würden, wenn wir hacken. Immer diese Leute. Ja, ich hacke. Danke, dass du nachgefragt hast. Ich wollte das schon die ganze Zeit mal loswerden. Kriegst du mich da? Links? Nee, oder? Na, lass die Leute. On my way. Perfekt. Oh mein Gott. Der hat den Flick des Grauens kassiert. Ex-Gott Flick. Warum kein Gott Flick? Gute Quote, würde ich sagen. 21 Minuten und 78 Kills. Ja, ich hab ein bisschen nachgelassen zwischen Druck. Und da ist ein paar Pferden. Da gibt's die Räumen. Da gibt's die Räumen und die Räume nicht mehr. Nö. Der ist an dem Kiegelgang, dessen der Spawn guckt. Spawn rape! Der wollte auch mal eine gute Base rape, ja. User, join your love. Okay, hallo. Hallo. Ob's behindert? Vielleicht. Oh. I'm convinced. No more evidence needed. Na scheiß drauf, ich cap nicht mit, ich geh noch auf Kills. Na, die 80 Folger. Na, die 90 Folger. Na, ich hab noch 3 geholt. Ja. Bestimmt, ja. Ich hab schon ewig kein Spiel mehr gehabt, das ich aufnehmen konnte. Ja, du hast halt verkackt. Ist 22 Minuten lang, deine Aufnahme 20 Minuten. Ja, denkst du, ich hab da zwischendurch mal gespeichert? Ach so, du machst das generell. Du speicherst immer. Nö, nicht immer. Aber wenn's, wenn's so gut läuft, dann speicher ich. Schon mal so vorsorglich. Du machst ja mit Shadowplay, oder? Ja. 3, 85, 3, alter. 6, 6, 6. The number of the beast. Enemy satan confirmed. Äh, muss ich jetzt anhören. Number of the beast. Ein bisschen, ähm, hier Iron Maiden. Hab ich drauf gezehren.